Wir sind heute hier versammelt, weil hier hinter diesen Mauern heute Abend die Bundesregierung sich zum ersten Mal offiziell mit den Betreibern der deutschen Atomkraftwerke zusammensetzen wird. Und worum es da geht, ist uns ja allen klar. Es wird darum gehen, wie können sie die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern, möglichst so verlängern, dass die Bevölkerung wenig protestiert, dass es wenig Aufschrei in der Bevölkerung gibt. Und deswegen sind wir heute hier, um zu sagen, wir lassen das nicht mit uns machen. Wir wollen den Atomausstieg und zwar jetzt. Wir wollen, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden und wir wollen saubere Energie vor allem statt Atomstromenergie aus Sonne, Wind und Wasser. Schaltet diese alten Schrottmeile endlich ab! Kann es sein, dass die SPD künftig mit den Demonstranten auf die Straße geht? Also erstens wäre das nicht künftig, sondern was das Thema angeht, weil ich älter bin als er, habe ich einen Vorsprung, was das Demonstrieren heißt. Aber nur aus Altersgruppen. Also das ist natürlich unser Thema. Na klar, wir haben einen engagierten Anti-Atom-Wahlkampf geführt. Der hat leider nicht die entsprechenden Ergebnisse gebracht, aber ich glaube eher, weil, nicht weil die Mehrheit der Deutschen für Atomenergie ist, sondern weil andere Themen den Wahlkampf bestand oder auch nicht gestimmt haben. Aber ich glaube, dass die Mehrheit der Deutschen den Ausstieg will, was leider etwas ohne Beachtung bleibt, ist den wirtschaftlichen Schaden, die Laufzeitverlängerung anrechnet. Wir haben im Norden Deutschlands zum ersten Mal seit Jahren wieder neue Industriearbeitsplätze, aber alle im Bereich erneuerbare Energien. Wir haben in Norden Deutschlands zum ersten Mal So, wir dulden hier keinen Tanz des Todes der Energieversorger mit der Bundesregierung. Wir sagen Hopp, 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 Atomkraft, Stopp! Wir haben Salz, schaltet endlich ab! Wir haben Salz, schaltet endlich ab! Wasser, Wind und Sonne, Atomkraft in die Tonne! Wasser, Wind und Sonne, Atomkraft in die Tonne! Wasser, Wind und Sonne, Atomkraft in die Tonne! Wasser, Wind und Sonne! Wasser, Wind und Sonne, Atomkraft in die Tonne! Wasser, Wind und Sonne, Atomkraft in die Tonne! Wasser, Wind und Sonne, Atomkraft in die Tonne! Hopp, 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 Atomkraft in die Tonne! Wasser, Wind und Sonne, Atomkraft in die Tonne! Wasser, Wind und Sonne, Atomkraft in die Tonne! Wasser, Wind und Sonne, Atomkraft in die Tonne! umsetzen wollen, schriftlich. Ehrbare Kaufleute würden gar keine Unterschrift brauchen. Die würden das per Handschlag machen und sich anschließend daran halten. Das ist hier nicht der Fall. Es geht auch nicht um Klimaschutz, es geht nicht um erneuerbare Energien, es geht nicht um Strompreise, sondern es geht ganz schlicht und einfach um Milliarden. Die Landesbank Baden-Württemberg, die übrigens den Atomausstieg, den Ausstieg aus dem Ausstieg befürwortet, hat ausgerechnet, dass zwischen 38 und über 200 Milliarden Euro verdient werden zusätzlich mit dem Atomausstieg und um das geht es um sonst überhaupt nichts. Wir werden die Wende hin zu erneuerbaren Energien nicht schaffen, wenn weiter 25 Prozent oder mehr Atomstrom im Netz sind. Dann sind die Netze verstopft, dann ist zu viel Strom da. Dann können die erneuerbaren Energien nicht integriert werden. Das ist das große Problem. Es wird gesagt, wir fördern damit die erneuerbaren Energien. Wir alle fördern die erneuerbaren Energien mit unseren Stromrechnungen. Und das Erstaunliche ist, es gibt nicht eine einzige Umfrage, wo nicht die Leute mindestens zu zwei Dritteln sagen, wir tun das gern und wir würden auch mehr dafür bezahlen. Wir brauchen dieses Geld nicht für die Förderung der erneuerbaren Energien. Ich möchte noch einmal auf die ehrbaren Leute zurückkommen, auf die ehrbaren Kaufleute. Das kann ich nicht auswendig, aber ich möchte den einen Satz nochmal vorlesen. Beide Seiten werden ihren Teil dazu beitragen, dass der Inhalt dieser Vereinbarung, nämlich der Ausstiegsvereinbarung, dauerhaft umgesetzt wird. Und damals, als es unterschrieben wurde, ist der Chef von E.ON, der Vorgänger von Herrn Bernuth hat, Herr Hartmann, vor die Presse getreten und hat gesagt Folgendes. Politische Kompromisse sind auch eine Frage des Vertrauens. Die Vereinbarung ist ein erster Schritt. Entscheidend ist, dass beide Seiten sich auch in Zukunft an ihren Geist und Inhalt gebunden fühlen. Wir sind dazu bereit. Und uns Klaassen, der frühere famose Chef von Energie Baden-Württemberg, hat einer Zeitung kurz vor der letzten Wahl, der vorletzten Wahl ein Interview gegeben. Da hat er gesagt, dass es beim Ausstieg bleibt. Und zwar mit folgender Begründung. Die Industrie kann nicht Planungssicherheit verlangen und dann in Frage stellen, was sie selbst verhandelt, vereinbart und unterschrieben hat. Ja, was ist denn hier los? Was passiert denn da heute Abend? Sind das ehrbare Kaufleute? Unsere Aufgabe ist es, den Preis hochzutreiben. Den politischen Preis hochzutreiben, das werden wir juristisch tun. Das werden wir auch tun mit Massendemonstrationen, die es wieder gibt. Und wir werden auch den ökonomischen Preis für die Konzerne hochtreiben. Es darf nicht mehr sein, dass wir mit unseren Stromrechnungen die Kassen der Konzerne füllen. Wir müssen umsteigen, alle. Und jeder, der hier ist, muss alle in seiner Umgebung dazu aufrufen, umzusteigen auf Ökostrom, auf Ökostromversorger, die mit den Konzernen nichts zu tun hat. Wir haben im letzten September bei der Demonstration hier in Berlin vor 50.000 Leuten gesagt, ihr habt den Konsens aufgekündigt. Wir sind wieder da, es geht wieder los. Und heute fangen wir an. Und wenn der Sommer kommt, werden die sich wundern. Dankeschön. Abscheiden! 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 Wir müssen immer wieder so wie heute lauthals den Atomausstieg einfordern. Deswegen danke ich euch ganz herzlich, dass ihr bei dieser Kälte heute hier mitgemacht habt. Vielen Dank für euer Kommen.